hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren episode minecraft endergames ja ich dachte ich bringe einfach noch mal eine runde endergames weil ich das lange nicht mehr gebracht habe und weil ich natürlich immer noch alle leute zerficke weil ich in letzter zeit noch mal ein bisschen gespielt habe eigentlich wollte ich mit mir aufnehmen da hat aber leider momentan extrem viel zu tun weshalb leider das nicht möglich war aber das hält mich nicht davon ab erst mal fett die diamanten ab zu stauben und guck dir diese geile landschaftsgenerierung an das ist natürlich wieder richtig klasse ich überleg glaube ich jetzt ich laufe noch ein bisschen weiter teleporter sollte man erstmal ein bisschen abstand am besten so eine armlänge abstand nehmen bevor man sich hier überhaupt irgendwas macht hol ich mir die chest ich weiß nicht ob ich dran komme oh jolo boys guck dir das an hier jump run skills ein bisschen gold ein bisschen essen ja das kann man mal mitnehmen da ist irgendeine ente oder ein pikachu was ist das soll das darstellen das soll gar nichts davon darstellen und eine missgeburt oder so keine ahnung so ich tue mir noch mal direkt ein bisschen mehr holz gönnen so ein bisschen speed craften hier mit richtig heftiger geschwindigkeit so dann hier und neben mir ist eine ender chest die hätte ich vielleicht zuerst öffnen sollen für ein bisschen leder ist nicht gerade der beste gut den ich hatte aber sollte erstmal genügen ich gucke dass ich jetzt ein bisschen abstand gewinne erst mal hätte ich ihr erzählt dass ich teleporter kit genommen habe ja passt schon sollte hier klar sein steht ja eh noch mal rechts so viele haben übrigens geschrieben dass sie es toll finden dass ich jetzt in 60 fps hochlade kann ich auch machen ich laut der übernacht hoch und da machen zehn stunden keinen unterschied so da vorne ist noch eine chest ich noch nicht hatte das an angel easy nein please 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 lass mich in ruhe es ist ein verdammtes angel kit tausch mich doch okay das lief nicht so wie geplant ich liebe dieses angegeht oder was ist das enthalten ich finde das immer noch richtig ekelhaft aber naja kann man halt nichts machen irgendwie habe ich das gefühl dass es einen aufnahme effekt gibt wenn ich so spiele ich alle weg aber irgendwie wenn ich aufnehme jo dann passieren eben solche dinge hier stirbt alle okay dann nicht hol ich mir holz laufe ich weg auf jeden fall macht das spaß über die bäume zu hüpfen das mache ich gerne so geht mal in die richtung ein bisschen alles klar alles klar dankeschön sah überhaupt nicht irgendwie aus als ob ich irgendwie flyeck an hatte oder so dass ich dann irgendwie geh mir aus den augen dass ich dann irgendwie zurückgebackt wurde deswegen und die so sagten jo please stop hacking dieses not allowed in die server natürlich ist ja alles gelootet geht zu der anderen chest bitte danke oh bogen leute jetzt gibt es den feuch gegen den bogen baron okay so hier schlag dir gleich ein fisch in die fresse wenn du näher kommst oh enderperlen ja das liebe ich sind eine meiner lieblings items weil die schon ziemlich krasse ne mein so eine enderperle kann einem schon mal ziemlich häufig das leben retten ich gehe in die richtung eines spielers aber auch gleichzeitig nicht ich kann mich ja im schlimmsten fall einfach weg porten bitte sie mich nicht boy oder komm nicht in meine nähe da vorne ist der da ist eine ender chest sie noch macht er keine jagd auf mich das ist gut das noch in der chest ich sollte es nicht riskieren ich weiß aber jolo okay läuft sowieso weg nice die chance nutze ich um mir mal so ein bisschen zeug zu kraften so kommt er näher noch sehe ich nichts und ich sollte vielleicht mal ein hell machen dass ich gegen headshots immun bin weil es gibt ja das sniper kit wer weiß was wer es verwendet nein 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 er wollte was bug ich in letzter zeit so krass rum und jetzt ist die chest da weg deswegen wollte ich eigentlich darüber gekickt werden so richtig hübsch aber man tauscht mich halt noch beschissen na wird gern wieder an landen oder verschwinde ich jetzt keine ender chest keine enderperle könnte mich mal so da hat einer nur nen holz skin oder bin ich das hatte wie heiße ich denn chaos mc nö bei mir ist der normale skin angezeigt von mir aber das dauert eh immer was so da oder ist noch ein paar ender chests ja geil davon ein bisschen davon ein bisschen das ist alles ziemlich gut die kabeljaus kann ich ja mal droppen ich habe hier auch gerne mal den beat umso gerne umso gerne umso gerne umso gerne was ist die steigerung von gerne ich gehe gerne zur schule ha 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 ich gehe gerne computerschule spielen äh ender chest oh danke das ist eine schöne ender chest sowas kann ruhig öfters kommen ziemlich weit entfernt oder ist noch eine hier sind noch ener chest jaha looten und auch gar nichts vorbereiten oder so hier einmal wo die verschwindet erstmal tschüss so so die hatte ich da ist noch eine nice oh lava einmal kann man mal nehmen äh ja noch hatte ich das schon ja hatte ich so äh noch 67 blöcke ein bisschen entfernen bitte damit es 69 steht dankeschön so äh warum habe ich zwei holz abgeholzt ich weiß es nicht manchmal muss man sich auch gönnen Leute Brustplatte und dann machen wir mal mir ein kleines Diaschwert so dankeschön sind wir wenigstens ein bisschen gesaved äh ich mache noch die Potion Tracker dahin neben dem Bogen mache ich dann das mache ich dahin Essen ist da gut äh machen wir mal so so und dann hier die Enderperlen hin dann kann ich ziemlich schnell reagieren so und die Potion werfen wenn ich schnell reagiere oh es passt schon alles ich bin ja relativ gewieft mit ähm den Hotkeys zumindest kenne ich die größeren Grundlagen und bin da schon krass drin so ähm gut ich könnte mir eine Dierhose machen will aber jetzt nicht riskieren dabei getauscht zu werden sprich was macht der Boy oh shit hä hä ah hi oh Boy ich bin noch unbesiegbar ähm so immer wieder Klassiker Leute ich sollte erstmal schauen ob vielleicht irgendein Gegner in der Nähe ist hatte der was der manche nee der hatte nichts warte der hatte einen Helm den Helm hätte ich gerne der Boy wusste nicht dass ich getauscht wurde jetzt beleidigt er mich wieder als Hacker obwohl mittlerweile wird hier eh angezeigt was für ein Kid der Gegner war so oh der ist weit entfernt er wird mich in 10 Jahren nicht sehen so äh mach ich mir die Hose ein bisschen Hosen ne wer hat die Hosen an Leute so äh das war äh ich hab's noch nicht genommen sehr gut äh was können wir noch machen ich könnte ein bisschen Inventar aussortieren aber äh oh noch mehr Dios äh ich spare auf eine Brustplatte Brustplatte wäre echt OP so hier noch so hab ich EP Fläschchen Fläschchen äh Flächchen nö ich mag das nicht wenn der Kompass nicht in die Richtung zeit in die ich schaue das ist risky du warst einer von den beiden war noch nicht da genau der dann könnte ich mir mal eben Schuhe machen weil ich noch keine Eisenschuhe habe so So, ähm, Gift Potion, das, 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 äh, das kann raus, das, 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 äpfel lasse ich mal, Kuchen, Karotten können raus, TNT kann raus, das spare ich mal, das auch, okay, hä? Hä? Ah, hi! Stirb, danke, so, wozu habe ich mein Inventar sortiert, wenn ich jetzt eh wieder so viel Zeugs bekomme, äh, wie weit entfernt, oh, ja, der ist weit entfernt, oh, shit, habe ich Zeugs, oh, Shidoshi, Leute, oh, 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 guckt euch das an, oh, da ist er fast wohl, ja, so, wie viele leben denn noch? Noch drei Spiele, okay, das ist schön, ähm, ich schmeiß mal wieder Zeugs raus, alles, was ich brauche, so, 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 das nochmal sortieren, das hat ja der andere jetzt eigentlich von mir bekommen, ich glaube, nichts Großartiges, deswegen. MLG Water, easy, so, ich wollte gerade sagen, hä? Als ob das Schaft gerade so viel gefressen hat auf einmal, so, dann geht's zum ersten PvP-Kampf, äh, ja, zum ersten großen richtigen, boah, guck dir das an, der ist gut equippt. Dankeschön, das war wieder eine richtig typische Minecraft-Aktion, okay, jetzt geht's ab, Leute, prepare your... Achso, da habe ich ja nicht den Bogen drauf. Oh, guck dir das an, da kriegt der richtig aufs Fressmaul und ich bin sogar schneller, weil ich B2 habe, boy, du kannst mir nicht entkommen. Hi, als ob der noch keinen Equip hat. LOL! Was? Was? Hä? Okay, ich habe eine Vermutung, der Holzfäller hat eine Falle gebaut, wo der Typ jetzt dran gestorben ist und ich habe den Holzfäller gekillt. Okay, das ist cool, aber ich würde sagen, wir hängen noch eine Runde dran, bis gleich. Und damit herzlich willkommen zur letzten Runde, schauen wir mal, dass wir hier alle heftige Zerficken werden. Und der Typ ist gerade einfach mal geläftet. GG an den. So, was haben wir hier für Boys? Das Ape, okay. Florian, was gibt's noch? Äh, Luki, ich nehme an, das ist ein Lukas. So, guten Tag, oh, danke für den tollen Loot. Oh, hier, frisst den Tee, Boys. Hey, warte. Oh, tschüss. Ho, ho, ho. So. Lol. Okay, es hat tatsächlich explodiert. Ähm, gucken wir, dass wir schnell zum Sumpf kommen und da uns Zeug besorgen. Ich kann ja die Schneebälle nutzen, um mal so eine richtige, die richtige Hohentaktik zu machen, wie man sie aus dem Buch erkennt. Indem ich einfach jemanden, der craftet, mit dem Schneeball abwerfe und dadurch das Zeug bekomme. Wäre schon praktisch. Äh, hier war einer. Ah, hi. Geh mir bitte aus den Augen. Dankeschön. So. Äh, hatte ich mich gerade echt gefragt. Team? Nö. Lol. Ey, guck mal, ein Tier. Ähm. Fuck. Nein. Lass mich in Ruhe. Äh, der scheint das komplett zu ignorieren. Äh, the GHG Spirit. Äh, wo ist der? Hä, war da nicht gerade ein Obsidian-Block, der da lang geflogen ist? Ich bin übelst verwirrt. Die Runde wird sowas hart. Nix. Oh, guck mal, Penis. So. Äh. Dann hier. Ich hab einfach noch nichts. Da sind schon überall Boys. Boys, lass mich doch in Ruhe. Äh. Okay. Schnell weg hier. Ich kann mir ein Goldschwert machen. So. Es kommt keiner näher. Das ist gut. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Okay, gut. Äh, so. Das kann sogar noch. Nein, Feuerzeug. Jetzt nicht. Ich bin am Arbeiten. Hallo Schweinschen. Gib mir mal ein bisschen Stärke. Da unten ist einer. Okay, jemand ist weit entfernt. Äh, ich mach mir mal einen Helm. Gegen die Headshots gesichert sein. Äh, da. Was für einmal. Ah. Bisschen Tente. Ein bisschen Boom. Ne. So. Dann will ich hier noch mein Feuerzeug. Das Feuerzeug behalte ich mal. Wer weiß, wann ich es gebrauchen kann. Geile Weltgenerierung. Warte, ne Enderchest. Auf dem Obsidian Block habe ich auch noch nie gesehen. Ist mir auch neu. So. Theoretisch gesehen brauche ich einfach. Okay, da ist nichts toll. Ah, das Holz hätte ich gerne. Danke. So. Äh, schauen wir mal. Okay, da ist nichts. Ich überlege gerade, ob ich einfach jetzt weitersuche oder mal ein bisschen auf Angriff gehe. Aber ich glaube am besten ist es, wenn ich erstmal ein bisschen Stuff mir zusammensuche. Auch wenn hier nichts alles dabei ist. Okay, 38 Blöcke. Der Typ will es wissen. Oh, da war der Spirit aber nicht mit ihm. Tut mir leid. Äh, so. Ich muss mir das Zeug gönnen. Okay, der hat sich ordentlich gegönnt. Oh ja. Oh ja. Jetzt wird gecraftet, Leute. Das ist nämlich auch. Gut. Gut, machen wir uns auf den Weg. Da ist auch schon der nächste Boy, der Stress will. Und weiter geht's. Oh, der ist weggelaufen. Komm her. Please. Lass uns Freunde werden. Spaß. Scheiße. Ich habe in dem Moment gesehen, dass da ein Typ mit, äh, Dia war, der getauscht wurde. Das hätte schief enden können. Oder halt richtig schlecht enden können. Schief? Sagt man das? Nee. Schon nie gehört. Das könnte schief enden. So. Äh. Nö. Nichts Tolles. Ja, guck mal. Das ist ein Zeichen. Zwei Dirtblöcke. War das vielleicht eine Botschaft? Von Aliens. Die unsere Welt beherrschen wollen. Wer weiß. Sieh schon wieder für Pläne aus. Hacken. Ey, sind da noch vier Leute. Nice. Schon Top 5, ne? Das ist schon mal gut. Äh. Da mache ich den Appellen hin. Da mache ich so. Und dann passt das auch. Hier ist noch ein Chest, die gerade gespawnt ist. Ich kann mir noch ein paar Äpfel machen. Ich habe aber gerade keine Workbench. Muss ich die nächste gleich mal aufsuchen. Okay. Äh. Der hat gerade glaube ich ein bisschen gekämpft. Oder Pfeile sind. Okay. Dann. Ich dachte, das sei das Dings gewesen. Okay. Jetzt kriegt er. Jetzt kriegt er die Pfeile in die Fresse. Scheiße. Lol. Gib mir die scheiß Brustplatte. Danke. Äh. So. So. Perfekt. Das ist alles, was ich erstmal will. Uh. Und keine Sau soll wissen, dass hier was drin war. Ähm. Oh shit. Äh. Da kann ich mir richtig gutes Equip raus machen. Äh. Erstmal muss ich hier ein bisschen weg, um zu gucken, dass ich safe bin. Das brauche ich nicht. Äh. Kaktus. Platziere ich mal. Äh. Schinken. Droppe ich mal. Ich brauche eine Workbench. Ich habe aber nicht genug Holz. Ich brauche noch zwei Holz. Äh. Der hat sich ein gutes, ja mein Schwert gegönnt. Das kann man ja auch mal machen. Und einen guten Bogen. Der entschattet gerade heftig. Okay. Jetzt will er auf mich loslegen. Ich hole mir den Obsidian Block. Der scheint irgendein normales Kid zu haben. Er scheint aber gut zu sein. Äh. Okay. Tschüss. Oh. Hi. Spawner. Lol. Äh. Helm. Droppen. Anziehen. So. Mache ich mir ganz viele Wassereimer? Oh. So. Passt. So. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Hier ist irgendwo der Höhlenausgang, nehme ich an. Das sieht nach Höhlenausgang aus. Nein. Okay. Nein, ich will hier raus. Welcher Idiot hat sich denn runtergebaut? Ich nehme an, dass es hier lang geht, weil... Nein. Okay. Ich dachte, weil sich jemand hochgebaut hat. Also mit Wasser so hochgesprinkelt. Aber ist doch nicht der Fall. Ah, hier ging es lang. Okay. Hier lang. Oh, jetzt bin ich wieder in der Oberfläche. So. Okay. So. ich muss echt mal gucken. Was kann ich denn noch verbessern? Ich glaube, nichts Großartiges. Wie weit sind die entfernt? Oh, gar nicht so weit. Hier irgendwo muss der sein. Ah, unter der Erde. Ich verstehe. Wie wäre es, wenn ich ihm ein bisschen entgegenkomme und hier in eine Höhle gehe? Wie viele leben? Ach, wir sind die letzten beiden. Ah, ich verstehe. Okay, dann mache ich das ganz easy. Irgendwann kille ich mich selbst. Also, ich riskiere mich selbst zu killen. Oder ich mache mir eine Spitzhacke. Ich mache mir eine Spitzhacke. So. Dann einmal hier die Workbench rausholen. Und dann das. Erstmal zu meinen anfangen. Mining for Diamonds. So. Damit kann mich keiner killen, Boy. So einfach mal regest ihr nicht. Äh, so. Der glaubt... Ah, das ist einer, der, ähm... guckt, wann getauscht wird. Und versucht, mich so zu killen. Okay. looool! Er ist das Teil runtergefahren. nice, das war ein gutes Ende gut, dann würde ich sagen, was das mit dieser Episode endet, ich hoffe es hat euch gefallen und bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und sage tschö, bis dann und man sieht sich